Und willkommen, ja, wieder bei Overspeed und wir versuchen uns weiterhin hochzukämpfen. Ja, aber es ist ja schwerer geworden. Oh mein Gott. Ähm, wir probier'ns. Oh ne neue Strecke. Oh 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 oh. Nicht. Also wir können mithalten, wir können... Eieieieie. Komm. Oh Leute. Bin ich mit Vollgas gefahren, ja. Ey. Ey, 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 ey. Vergess es, Kumpel. Ha, ha, ha. Hast du wohl so gedacht, hä? Aber nicht mit mir. Twift. Und ja. Einfach mal da geradeaus. Und ja. Das Rennen sollten wir haben. Und hier kann man abkürzen. Äh, ich spiel lieber doch lieber. Mit der Kamera. Naja, kommt aber wieder ran. Ja, das wo, ähm, das wird daran liegen, dass wir ein sehr schlechtes Auto haben. Du musst keine Laterne mitnehmen. Wir brauchen unbedingt besseres Handling. Sonst haben wir ein Problem. Und wir bauen auch gleich mal, ähm, was Neues ein. Und hauen uns ein Spoiler dran. Ja, komm. Kusch. Mal gucken, wo sind wir denn? Oh, oh, wir sind bald schon im nächsten Gebiet. Ei, ei, ei. Oh, der ist um einige schneller. Okay. In Ordnung. Aber wir müssen es leider probieren. Oh, der ist um zwei, drei, zwei, eins, los. Okay, man, are you ready to go? Kuckuck. Das hat ja mal sehr schön gepasst. So, relativ früh bremsen. Ich muss die Laterne nicht mitnehmen. Und auch dieses Rennen sollten wir locker in der Tasche haben. So, das war's. Ich glaube, wir fahren erstmal nur noch diese Strecke. Wir müssen ja nicht gegen jeden fahren. So, ein bisschen rollen lassen. Ich habe gesagt, ein bisschen rollen lassen. Und auch das haben wir gewonnen. Und ja, wir haben Handling. Neue Lackierung und neue Motorhaube. Ah, ich bin schon zu weit oben. Auf der Strecke habe ich keine Chance. Oh, und wir bekommen das. Wir bekommen einen stärkeren Motor. Aber dies in der nächsten Folge. Ich glaube, wir bekommen den Motorhaube. 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 Ich glaube, wir bekommen den Motorhaube.